Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing des OnePlus Nord. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, an ein Testgerät zu kommen über ImTest, denn ich teste es für die neue ImTest-Ausgabe. Und da wir das Gerät in der Redaktion haben, darf ich das Ganze testen. Das ist das neue Budget-Smartphone von OnePlus. Ihr habt es wahrscheinlich schon alles mitbekommen, wie das Gerät entstanden ist. Es ist eine neue Reihe von OnePlus und ich bin wirklich sehr gespannt, denn es bietet für gerade einmal 399 Euro schon einiges an Specs. Ich habe auch die Blue Marble-Version in 256 GB, also auch mit 12 GB RAM. Also auch die Version, die für 499 verkauft wird. Aber durch Amazon Prime kriegt ihr das Gerät auch schon günstiger. Also das geht schon in die richtige Richtung. Es wird schon ansatzweise günstiger. Und ich bin wirklich gespannt auf das Gerät, denn es soll ja preis-leistungsmäßig, wie es aus den ersten Reviews heißt, wirklich ein sehr, sehr attraktives Gerät zu einem attraktiven Preis sein. Ich rede gar nicht mal lange drumherum und packe das Gerät einmal aus. Also wir haben hier das Gerät This Way Nord, also auch schön eingepackt mit neuem Branding. Und uiuiuiuiui. Also in den ganzen Videos fand ich, sah es sogar noch dunkler aus. Es sieht jetzt hier auch gerade, wie ich jetzt im Bildschirm sehe, das Gerät sieht dunkler aus, als es ist. Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr helles Schlumpfblau, sage ich schon mal. Ähm, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr hell. Ähm, aber mir gefällt das Design. Ähm, dann haben wir noch weiter in der Box, neben dem Smartphone, ähm, das kann ich hier mal auspacken, haben wir hier noch, oh, ein sehr schönes eingepacktes, ähm, Welcome Letter, zusammen mit einem Case und, äh, wahrscheinlich noch Voronity Information und einem, ähm, Dings, äh, wie heißt es, mit einem, äh, mit einem Manual, also mit einem, ähm, mit einer Anleitung. Und hier in dem Case, Welcome Letter, da werden sie wahrscheinlich hier alles Ja reinschreiben. Hier, OnePlus Nord, neues Team, Hashtag Projekt Avicii, ähm, heißt das Ganze bei OnePlus selbst. Ja, sehr schön eingepackt und Warp Charge 30 Take, ähm, Brick, ähm, also das Gerät lädt mit 30 Watt, aber in Rot, einfach um wahrscheinlich Kosten zu sparen, damit das Gerät auch so günstig, im Vergleich zu den anderen OnePlus Phones leider günstig, ähm, das, die anderen sind schon bei 800 bis 1000 Euro. Hier haben wir das Gerät vom allerersten Eindruck, ich starte es schon mal auch, ähm, vom ersten Eindruck, von der Vorderseite schick verarbeitet, auch auf der Rückseite. Also es wirkt nicht billig. Es wirkt im Vergleich zu anderen OnePlus Smartphones natürlich billig, aber es ist ja auch wirklich um einiges günstiger im Vergleich zu den 8er. Ähm, es hat auch 5G für den Preis. Äh, es hat ein AMOLED-Display mit einem guten neuen, ähm, Qualcomm Snapdragon 800, äh, 800 sag ich schon, 765G. Ähm, ja, wir richten es jetzt mal ein. Ich werde das später nochmal richtig anrichten, aber wir gehen jetzt einmal den Prozess hier durch. Allgemeine Beschäftigungsbedingungen, Kundenzufriedenheitsprogramm, Mobilfunkverbindung mache ich noch nicht. Ähm, ich verbinde mich einmal kurz mit dem WLAN. So, jetzt bin ich mit dem WLAN verbunden. Der sucht nach Updates. Er wird wahrscheinlich schon ein Update finden. So viel habe ich schon gehört, dass ein Update da sein soll. Von der Seite sehr schick. Es hat auch vor allen Dingen den Slider mit Klingelton, lautlos und vibrieren. Das finde ich sehr gut. Ist immer noch eines der Sachen, ähm, warum OnePlus, ähm, finde ich, eine der besten Android-Marken ist. Daten kopieren möchte ich aktuell nicht. Auch die Einrichtung mit den Google-Diensten, ähm, skippe ich erstmal. Co-Creation, ähm, Anwenderprogramm. Okay, Updates für die integrierten App, Push-Benachrichtigungen und Stabilitätsprogramm. Okay, da stimme ich mal zu. Der Fingerabdrucksensor, ähm, sitzt tatsächlich auch unter dem Display. Den richte ich jetzt ein. Das ist der, ähm, OnePlus-typische, ähm, der so hell aufleuchtet auch. Also jetzt nicht, also kein Ultrasonic, wie er bei Samsung eingebaut ist oder anderen Firmen. Sondern das ist noch der optische. Das heißt, äh, der leuchtet auf. Ähm, das ist, finde ich jetzt aber nicht so störend. Das wäre jetzt kein Argument, warum ich sage, ich würde mir das Gerät nicht, äh, kaufen, weil es einfach so ein, ähm, Leuchter ist. Okay, Google hat hier, ähm, noch seine Apps installiert. Jetzt haben, bekommen wir noch auswählen zwischen den, ähm, normalen Buttons oder den Gesten. Ich will hier die Gesten. Vollbild Geste in drei Schritten meistern. Ja, okay, jetzt wird das hier nochmal erklärt. Zurück ist hier, von der Seite ziehen. Ähm, also vom Rand, von unten nach oben ist, äh, Start. Also das sind die typischen Android-Gesten. Und zuletzt verwendet, hochziehen und halten. Ja, das hat er jetzt auch alles, ähm, gut erkannt. Einrichtung abgeschlossen. Jetzt haben wir hier das schicke Wallpaper, wie ich finde, wirklich sehr schick. Ähm, zusammen mit den Apps. Und hier hat OnePlus zusammen mit Google gearbeitet. Wir haben jetzt den normalen Google-Telefon, die normale Google-Telefon-App. Was ist noch vorinstalliert? Netflix ist vorinstalliert. YouTube, YouTube Music, Google Pay, ähm, Community Assistant, Game-Modus. Der Facebook-Messenger ist vorinstalliert. Die Notizen-App ist, glaube ich, auch die von Google. Nee, das ist tatsächlich noch eine von OnePlus. Selbst, ähm, die haben ja die, auf jeden Fall die Telefon-App haben sie ausgetauscht. Sie haben noch ausgetauscht Google Duo haben sie ausgetauscht. Also, das ist jetzt noch damit vorhanden. Und die Messengers-App. Also, es gibt keinen OnePlus-Messages mehr. Vom allerersten Eindruck, wie viel Speicher haben wir von den 256 Gigabyte noch übrig? Da gehe ich meinen Speicher. 232 noch frei. Also, 24 Gigabyte sind schon belegt. Finde ich völlig okay. Also, das ist jetzt wirklich ordentlich Speicher. Wer den vollkriegt, hm, Respekt. Würde ich jetzt, selbst ich nicht. Und ich filme sehr viel. Ich fotografiere sehr viel. Ich bin wirklich ein Power-Nutzer. Ich habe 400 Apps, glaube ich, insgesamt. Ähm, natürlich auch System-Apps, die dann dazu zählen. Aber trotzdem sehr viele. Also, vom ersten Eindruck macht das Gerät einen wirklich guten Eindruck. Ähm, wir gehen nochmal ums Gerät rum. Oben ist ein, ähm, ein Mikrofon. Dann ist auf der Rückseite die vier Kameras. Ähm, hier sind die verschiedenen Sensoren. Makro, Ultraweitwinkel, Hauptkamera und Telefotokamera. Letztendlich benutzen kann man aber nur die Telefoto, die Haupt- und die Makro. Ähm, letztendlich finde ich es, naja, also eine Makrokamera hätten sie jetzt nicht einbauen müssen. Ähm, auf der unteren Seite haben wir noch den Lautsprecher. Das USB-C und hier unten könnten die SIM-Karten eingepackt werden. Auf der Seite noch den, ähm, die Lautstärke-Wippe. Ja. Ja, aber das war's vom Unboxing. Einrichten und der erste Eindruck ist wirklich ein solides Gerät vom ersten Eindruck. Also, da kann ich nichts gegen sagen. Die Frage ist, wird es dem Hype gerecht? Denn das Gerät wurde absolut hoch gehypt. Das kann ich noch nicht sagen. Aber das war's erstmal für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr den Kanal, falls ihr das Review nicht verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.